Und das gleiche nochmal. Und wieder da reingeflogen gekommen. Ey Mann, was könnte nicht passen, Alter, ihr ******. Bang, bang, bro, Teto Gang. Willkommen zum ersten Halbfinale in Argentinien versus Kroatien. Eins von unseren letzten zwei Orakel ist auch so eingetroffen, denn Kroatien steht im Halbfinale. Muss jetzt gegen den argentinischen Holz hier rein. Wer hätte das gedacht? Mit Brasilien konnte ich dich nicht bezwingen, aber vielleicht habe ich es ja jetzt mit Messi. Und jetzt werde ich mit Kroatien bis ins Finale vorpreschen. Lasst ein Like da. Letzte WM waren es auch im Finale. Schreibt mal Kommentare. Was glaubt ihr, wer gewinnt? WM? Ich glaube Kroatien. Ich sage Marokko. Okay, okay. Das werden wir auch noch machen. Aber jetzt erstmal das Finale. Halbfinale. Für dieses dreckige letzte Spiel, was Argentinien gemacht hat, werde ich jetzt raushauen, Alter. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Holzis Kaugummi-Gekau auch so attraktiv findet. Yeah, man. Ja, man. Akuna. Ich werde dich heute nur auf Kroatisch beleidigen. Du wirst dich jetzt schon mal sagen. Nix gegen Messi, ne? Aber ich hasse diese argentinische Matta, Bruder. Die sind so alle, ich weiß noch, ich werde gehatet, ist mir egal. Das Schicksal von Kroatien liegt jetzt in meiner Hand. Ja, wirst du mal achten, die auch gerettet haben. Ja, ich sage die. Die waren schon draußen, weil du mit dir warst. Sind die dann auch weitergekostet? Wird denn so passieren? Ergebnis vielleicht nicht eins zu eins, aber am Ende das, wer weiterkommt. Okay, der wird so viel. Auf ein unfaires Match. Ja, erster Tor für mich. Er denkt auch wirklich, dass hier wie ein Kreisliga. Ja, Alter. Lauf doch da mit. Nein! Nein! Oh, ich bin zu nervös. Kroatien wird auch nervös sein, sage ich nicht, ehrlich. Kroatien kassieren schon mal früh das erstes Gegentor. Das ist natürlich traumhaft kombiniert von Argentinien. Okay, wir müssen kämpfen. Was ist das denn hier? Nein! Oh, ***! Und direkt Konter-Time. Direkt Konter. Das kann nicht, weil ich bin so nervöser, ach du scheiße. Jawohl! Nein, nein! Und wiederholen. Das kann nicht wahr sein. Jungs, wir müssen mehr kämpfen. Und da ist er frei. Da ist er frei. Drehst du, ***! Die sind nervös, Jungs. Druck, Mittelfeldpressing, Presswurst. Und wieder Messi. Und wieder kann er nix. Nein, was warst du für ein Pass? Nein. Nein, bleib da ran. Kovacic! Na, mein Gott, Digga. Kein Pass von mir kommt an. Was ist los in mir? Ein Weltspieler. Boah, fangt mich nicht aus! Und das gleiche nochmal. AAAAAAAA! Nein, das kann nicht zählen. Das kann nicht zählen. Lieber, du bist schon. Das machst du! Das kann nicht wahr sein, Alter. Ach du Scheiße. Komm, wie der da reingeflogen kommt. Sieht nicht gut aus, aber wir kämpfen. Wir sind Löwen. Digga, das kann nicht sein. Was passiert hier? Was macht der Torwart? Digga. Gesoffen. Ja! Gesoffen! Haram! Nein! Okay, Frauenspieler, ja. Der hier, Martinez, so ein Drecks-Torwart. Ist nicht schlimm. Ist ja, ist nicht schlimm. Passiert den Besten. Digga, nur mit Flanken-Argentinen hier und kommen. Wir haben den Besten Kopfschul- Einen! Ja, Garniol! Na, allah, wir sind alle. Ist mir scheißegal. Ja, ja. Schlag. Junge, wir müssen hier reinschwingen, wie sonst das. Sonst kommen wir nicht hinterher. Digga, wo hat sich runtergegangen? Kein Bein. Nein, Digga, 15 Meter abseits. Ach, du Scheiße. Messi kann ja nix, Leute. Ich bin so nervös, Alter. Es geht hier wirklich um alles, Leute. Nachrücken, nachrücken. Gib mir den richtigen Spieler. Ja, Kaka, schlägt. Komm wieder ne Flanken, Digga. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist ein bekannte Spiel mit der Scheiß-Linie. Digga. Peredic hab keinen Rechten, ist das Problem. Es gibt doch Elfer. Der Linkster Elfer. Boah, die sind nervös, die sind nervös. Guck dir das an. Ach, du Scheiße, Digga. Was ist das hier für ein Ping-Pong-Spiel? Boah, Messi, Alter, ich wechsle den gleich. Messi Retirement, Messi Retirement. Nein! Ich bin so sehr damit beschäftigt, Messi zu haten. Hä? Okay. Oh! Bruder, was passiert denn hier? Messi will direkt den Ball. Der ist heiß wie Frittenfett, Junge, sagst du. Jetzt will ich den direkt von hier rein. Oh, nein. Willst du mal abweißen, Schiri? Nimmst ja mehr als genau hier. Ja, danke. Das ist halt egal. Ich war immer in den letzten Minuten auch immer das. Kurz vor Abzug. Dann haben wir noch einen rein. Zum Ball, jawohl. Und da bist du. Genau. Ball gespielt. Ball gespielt. Ball. Ball gespielt. Ball gespielt. Ball gespielt. Nein! Das kann man nicht! Madre! Luka! Somi! Somi! Mann! Mann! Die holen sich den Titel? Messi kann sich direkt Flugticket buchen für Einflieger-Nachverwaltung. Nein! Nein! Ey, das ist doch schon wieder so eine Dreckscheiße! Ist das sicher? Leonel Müsli. Was ist das? Was ist das? Leonel Müsli. Das ist eiskalt. Bring den doch mal zu falsch. Wirklich diesen Knilch da hier über außen, ne? BAM! Untermil! Nein, du bist verletzt wahrscheinlich nicht. Was? Nein, ich dachte, das ist ne Ecke, Digga! Was hast du denn für ne Scheiß? Akuna, Akuna! Du musst davor schieben, Akuna! Wo läufst du hin, Junge? Hast du gesoffen? Ja, weg damit! Gibt's jetzt mal ne Ecke, Digga? Ich wollte ne Ecke! Guck mal der! Oh, yeah! Nein! Junge! Ich hab doch schon drei Jahre vorher gedrückt! Ey, Mann! Was könnte dir nicht passen, Alter? Ihr ***! Nein! Kovacic! Der drängt den weg, Digga! Kovacic ist, äh... 80 Kilo Maschine! Der drängt den weg wie sonst was! Ach du Scheiß! Irgendwann reicht's aber auch mal! Irgendwann reicht's auch mal! Guck mal, der bleibt stehen! Ja, die Maria! Wo läuft der? Warum lauft der nicht? Das wird eklig! Komm! Nein! Ja, das war's nicht! Jetzt Torwart bitte wieder reingehen, Alter! Bruder, der braucht ja drei Jahre! Nein! Was macht der? Da war eigentlich schlimmer Platz! Nein! Nein! Das war's nicht! Du dreckiger Schiedsrichter! Du dreckiger! Die Maria ein bisschen mit Schmalberin aus! ... sagen! No! Digga! Jetzt wird den reingelassen! Oh! Mach den doch noch da rein, bitte! Nein! Oh! Bitte keiner! Weg damit! Weg damit! Das ist anders! Wichtig! Wichtig! So wichtig! Und jetzt starte da nochmal! Okay, der ist ja nachher komplett aufgebraucht, der Junge! Oh mein Gott! Da müssen wir nochmal wechseln! Die letzten Minuten laufen! Ich habe keine Spieler, Junge! Was soll ich denn machen? Die letzten Minuten laufen von... ... die Argentinier über die Zeit zu bringen! Modric! Nope! Der kommt wieder an was der Dreck gesagt, Alter! Wie viele Minuten Nachspielzeit? Zeig's mir an! Zeig's mir an! Komm! Zwei Minuten! Das kann nicht sein! Korrupt sein! Ich glaube bei der WM hat's immer mindestens fünf Minuten gegeben! Der muss jetzt irgendwie gehen! Nein! Mann! Das kann nicht wahr sein! Halt den Nacken fest! Ja, komm! Komm! Geht erst mal ein bisschen nach vorne! Geht mal nach vorne! Komm! Einmal nach vorne knallen! Da ist einfach keiner! Boah! Das letzte Stück da durch! Yes! Weiß ihr habt ihr... ... alter! Lekomio, alter! Ja, gut! Ich hoffe das Orakel nicht eintrifft! Kroatien haben gut gekämpft! Bis dahin, fürs Finale hat's halt nicht gereicht! Messi holt sich einfach diesen Titel, kann man sagen! Leute, schaltet wieder ein beim nächsten Orakel! Wir haben ja noch ein Halbfinale, was ausgespielt werden muss, ne? Frankreich gegen Marokko, a.k.a. Ella Straße von Düsseldorf! Tschüss!